Nachhaltigkeit verändert den Designprozess markant. Wir haben jetzt nicht nur andere Materialien im Spiel, aber klar auch die ganzen Mindsets und das ist das Wichtige, die Haltung ändert sich. Ich glaube, spannender könnte die Welt nicht nur für den Designern, aber für jeden, was kreativ ist, kommen werden. Früher haben wir vielleicht gestartet von außen nach innen, heute wird das langsam in Richtung innen nach außen gehen. Wenn wir jetzt beispielsweise mehr und mehr schauen Richtung Autonome Drive, dann werden wir mehr und mehr Ansprüche haben für vielleicht ganz andere Erlebnisse. Und diese Erlebnisse werden auch vielleicht den Raum mit sich nehmen und diese ganzen Komponenten werden uns auch einigermaßen auch das Gestaltung von außen beeinflusst. Wir haben, ich glaube, einige schöne Sachen dabei und ich glaube, das wird auch sehr spannend für die Publikum sein. Und ja, ich bin gespannt. Aber es wird sehr viel mit Innovation, mit Nachhaltigkeit, aber auch mit vielleicht anderer Perspektive, Fahrzeug-Mensch-Verhältnis sein. Für mich persönlich wäre es sehr, sehr wichtig, nach längerer Zeit wieder in der Messe zu sein und wieder Kontakt mit Kunden zu haben. So eine Messe und diese Plattform ist immer wieder so ein besonderer Moment und wir freuen uns alle darüber. Und klar, wir sehen das auch als eine wieder Motivation für die nächsten Schritte.